Warte, Meister. Ich bin gleich da. Jetzt hilft nur eins. Kneippkur und zwar verschärft. Wo willst du hin? Nach Hause. Mei, ich hoffe Ihnen einen kleinen Einblick. Selbstverständlich möchte ich für das Interesse sein. Wo willst du hin? Ich will hier bleiben. Nein. Hier bleiben? Für immer. Oh Gott, hier ist es Maria und Josef. Wohin? Nach Polica. Flachkopper machen. Genau. Jo, Herr Egger, tankt doch erst einmal nach. Nein.